Lalalalalala und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge Landwirtschafts-Simulator und diese Folge wird so circa 7 Minuten gehen oder 8, ich weiß noch nicht, wie ich Bock hab. Okay, fangen wir mit 6 Minuten. Heute wollte ich den Tankwagen hochschleppen mit dem Höhemann. Dann wollte ich noch ein bisschen, wie heißt es, abfahren, Stroh. Oh, da liegt ja noch ein Gewicht. Stell mal hin. Bäh. So. Machen wir mal an. Hier ist Maschinchen. Das war irgendwie nur hier vorne. Das war ein bisschen. Ja, genau. Vielen Dank. Hier ist der Helfer gefahren, nicht drunter. Hier eine ganz kleine Zeugel. Eigentlich wollten wir ja richtige Strohbein machen, aber nö, heute nicht. So. Aber eine schwere Kurve ist hart. So. 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 Und ich überlege, ob wir den Frölimann verkaufen sollten, uns den Sane holen, ja, der ist relativ stark, naja, das war's schon mit dieser Folge, bis zum nächsten Mal, haut rein.